Vor-Saison heisse Duell auf Augenhöhe. Gibt es nach dem Streit um zehn da eine extra Motivation oder sind eher kühle Herzen angesagt? Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja, auf diese Frage einzugehen. Ich denke, meine Jungs sind in jedem Spiel gleich motiviert. Wir wollen jedes Spiel so angehen, als möchten wir es gewinnen, als werden wir es gewinnen und das ist genau das gleiche wie gegen HC Erlangen. Für mich hat das keine zusätzliche Brisanz, sondern es ist ein Spiel, wo wir hoch motiviert an die Sache angehen und wir haben letzte Saison gesehen, dass die Spiele zwischen Erlangen und uns immer sehr, sehr eng sind. Das heisst, es werden Kleinigkeiten entscheiden. Wir haben einiges wieder gut zu machen im Sinne von ein paar Sachen, die wir besprochen haben, die gar nicht gut waren gegen Berlin, die wir sofort oder schleunigst auf die Platte bringen möchten und deswegen bin ich gespannt, wie meine Jungs da auftreten werden. René, für dich auch keine zusätzliche Brisanz im Spiel? Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen, auch einen schönen guten Morgen an unsere ganzen Social-Media-Fans. Also erstmal freue ich mich tierisch, dass wir unser erstes Auswärtsspiel haben. Die Saison ist gestartet und insofern freue ich mich, dass es nach Nürnberg geht und wir dort wie bei jedem Spiel um Punkte kämpfen. Von der Brisanz her hat es Micha schon gesagt. Ich glaube, dass unsere Mannschaft bei jedem Spiel alles versucht rauszuhauen. Da braucht es keine extra Motivation und eine besondere Brisanz jetzt in dem Thema reinzulegen, wäre auch nicht angebracht. Ich weiß, dass der Gästeblock komplett voll ist. Das freut mich sehr. Ich weiß auch, dass es noch Tickets gibt. Also wer noch nichts vorhat, liebe THSV-Fans, unterstützt uns in Erlangen. Ich glaube, zwei Busse sind voll. Machen wir noch einen dritten und einen vierten voll. Das würde mich sehr freuen, dass wir dann sehr, sehr viele Eisenach-Fans in Erlangen begrüßen können. Wenn mehr drin war, kann man irgendwas aus der Vorsaison mitnehmen oder geht es mit zwei teils neu formierten Mannschaften, auch taktisch bei Null los? Ich glaube, unabhängig von der Saison ist jedes Spiel ein anderes Spiel. Ich denke, die beiden Trainer haben sich auch immer auf diese Spiele eingestellt. Jetzt ist es so, dass mit Johannes Selin einen neuen Trainer an der Seitenlinie steht. Ich habe noch nicht wirklich viele Spiele von ihm analysieren können, vor allem nicht gegen uns gespielt. Das heisst, ich bin ein bisschen gespannt, was sie gegen uns spielen möchten, den Werten. Aber ansonsten ist es ein Spiel, das bei Null beginnt und natürlich werden da taktische Finessen von beiden Seiten drin sein. Aber ich denke, am Ende wird es andere Faktoren sein, die ausschlaggebend sind über Sieg oder Niederlage. Dann wird dieses Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt mehr Aufschlüsse über den aktuellen Zustand der Mannschaft vor allem in der Abwehr geben, als die Partie gegen den Titel mit Favoriten Berlin? Ja gut, nach einem Spiel etwas zu bewerten ist immer extrem schwierig und wenn man 41 Tore bekommen hat, dann kann man nicht sagen, dass man eine gute Abwehr gestellt hat. Da kommen aber trotzdem ein paar Faktoren rein, was man in Statistiken nicht sieht. Und deswegen wird das ein ganz anderes Spiel. Wir waren überrascht, dass wir 35 Tore werfen gegen Berlin, waren aber auch überrascht, dass wir 1 und 4 zu kassieren. Das war sicher nicht unser Anspruch. Trotzdem spielen wir gegen ein Weltklasse-Ensemble und Gitzel ist nicht ein Spieler, der jetzt so einfach zu kontrollieren ist, wie das auch andere Mannschaften immer wieder zu spüren bekommen. Aber für uns geht es darum, dass wir diese richtigen Lehren und Schlüsse aus diesem Spiel ziehen und uns wieder maximal auf Erlangen vorbereiten, sodass wir da ein anderes Gesicht in unserer Defense zeigen. Dann noch eine Frage zum Personalkapitän Peter Walz kam zuletzt noch nicht zum Einsatz. Kann er gegen Erlangen wieder eine wichtige Rolle spielen? Du hast nur gute Fragen heute. Das weiss ich nicht. Fakt ist, dass wir das sicher noch mit den Ersten alles besprechen müssen, wie das aussieht und wann Peter auf das Spielfeld zurückkommt, das wissen wir nicht in absehbarer Zeit. Deswegen kann ich mich auf diese Frage leider nicht beantworten. Ja, René, dann auch zu dir vielleicht nochmal. Mischa hat ich es eben schon gefragt. Gibt das Spiel mehr Aufschluss darüber, wo die Mannschaft steht als das erste? Also ich glaube, man muss eine ganze Reihe von Spielen abwarten, um erstens die Liga einzuschätzen und zweitens dann die einzelnen Stärken. Ich glaube, dass Mischa schon einiges gesagt hat. Das war insgesamt nach meinem Dafürhalten, auch wenn Mischa natürlich viel kritischer sein muss, und das ist auch sein Job, ein guter Auftakt gegen eine wirklich weltklasse Mannschaft. Ich glaube, wir haben lange mitgehalten und wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Aber ich glaube, man muss erst mal fünf, sechs, sieben Spiele spielen, um überhaupt einzuschätzen zu können, wo man insgesamt in der Liga steht. Und Erlangen hat sich auch verändert und wird auch ihre Schlüsse aus der letzten Saison gezogen haben, genauso wie wir das gemacht haben. Und ich glaube, am zweiten Spieltag schon festzulegen, wer aufsteigt, wer absteigt, wer Meister wird und wer in die Champions League kommt, das wäre ein bisschen vermessen. Ich fand er insgesamt den ersten Spieltag schon sehr attraktiv. Es hat viel, viel Lust auf mehr gemacht. Man freut sich wirklich, jedes einzelne Spiel sich anzugucken. Und insofern bleibt es bei uns, dass wir unseren ersten Auswärtsauftritt haben. Und ja, die Mannschaft wird wie immer versuchen, auch Punkte mit aus Erlangen mitzunehmen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt schon so viel analysieren kann, wo die Reise insgesamt hingeht. Ich bin aber grundsätzlich optimistisch, weil ich die Jungs im Training sehe, weil ich unser Feeling sehe, die Harmonie sehe, die Einsatzbereitschaft sehe. Und da ist immer, immer, ob am ersten oder am 33. Spieltag immer Luft nach oben. Wir müssen uns immer verbessern. Aber das stimmt mich schon positiv, wie wir das jeden Tag angehen. Insofern freue ich mich wirklich, dass wir am Freitag an Erlangen die nächste Möglichkeit haben, uns unter Beweis zu stellen. Gut, dann René, vielen Dank. Und Misha, auch dir vielen Dank. Dein Lob für die guten Fragen kann ich gleich an Dirk Pille weitergeben. Und dann bedanke ich mich für das Interesse an der Pressekonferenz. Und wir freuen uns dann am Freitag auf einen, René hat es schon gesagt, vollen Gästeblock. Bis dahin. Wettbewerb